Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kamichunickel Game Oh, gefunden wir sind zu dicht dran Ups, genau, ich wollte... Ah, guckt euch das mal an, den hab ich kurz auseinander gebaut Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Guuuut, geil Ich glaub ich... Alter, warum leckt das so zu Anfang? Ich wollte, glaub ich... Ah, am Fahrzeug fehlen Räder, also die Räder müssen mindestens dran sein Welch ein Wunder Oh, Alter, warum leckt das jetzt so dolle? Okay Jetzt bauen wir trotzdem erstmal Boah, das Fahrzeug hier auseinander Boah, ich hoffe das geht gleich weg mit dem Leggen Ich weiß ja nicht, ob das Spiel irgendwie gerade die ganzen Fahrzeuge hier drinnen aufbaut oder so Dass das deswegen so leckt, aber... Das ist weniger schön So... Zack... Oh... Ah, ah, ah Ups, sehr gut Egal Wollte ich jetzt zwar nicht, aber... Egal Habe ich dir auch mein Mikrofon an? Ja... Ja... So... So... Wir werden... Wir werden diese Fahrzeuge auch alle zumindest 80% machen, sodass es grün ist Hä? So... Ah... Ah, auch vom... Motorraum Das war tatsächlich schon wieder länger her, als ich das gespielt habe Bis jetzt ist aber noch nicht eine Folge hochgeladen Und ich weiß gar nicht, wievielte das hier ist Und ich weiß gar nicht, wievielte das hier ist Ja, das Hängen hat schon langsam jetzt aufgehört, aber manchmal ist es doch noch da So... So... Oh, das als Multiplay... Oh, ich sag's glaube ich immer wieder Das wird das ganze Spiel... Wie ich finde nochmal verändern, verbessern Genau wie Stranded Deep Genau wie Stranded Deep Auch einfach Multiplayer Finde ich Na klar, das sieht jeder anders Manche sagen wahrscheinlich Putz Aber... Ist schon so Ist dann zu... Ist dann zu... Und... Zack... Das ging jetzt schneller, als ich dachte Bangsicken schneller, ehrlich gesagt Ja... Ja... Ups... Ups... Und... Also ist das in Ordnung Dadadad... Kabelbaum Wie viel Geld haben... Oh, 19.000 Stück... Wir haben ja... In der Vorfolge... Die... Scheunen gemacht, alle Haben auch ordentlich Sachen gefunden Ist das hier ein DLC-Auto? Nein... Das ist ein Standard... Oh nein... Oh... Na... Na... Hm... Ich glaube die Autos haben wir sehr billig bekommen, wenn ich mich nicht irre Also wirklich sehr billig Eins... Zwei... Drei... Sooo... Zack... Zack... Gut, hochfahren, das vielleicht Öl ablassen, okay, also doch nicht. Jetzt haben wir heute hier neue Musik reingemacht, oh verdammt, ich hoffe, das ist alles GEMA-frei, also wirklich auch die, meiner Meinung nach, die neuen, ja. Ah, doch, das Lied, ja. So. So. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich hält, wenn da zwei Schrauben dran sind bei, was weiß ich, 8.000 RPM, also Umdrehungen pro Minute, Rounds per Minute, das ist schon irgendwie krass. Aber ich glaube, das ist ja auch wirklich so. Ich habe so einen Motor leider noch nie von innen gesehen. Ein Kumpel und ich wollten mal auf einen Schrottplatz und nachfragen, ob da nicht mal irgendwo noch ein Motor ist, der mal so spaßig-zahlbar tatsächlich auseinanderbauen könnte, dürfte. Ich stelle es mir auf jeden Fall nicht mal ansatzweise leicht vor, um ehrlich zu sein. mal gucken, was wir alles reparieren können. Wir nutzen. Das war zu schnell. Ah, ist kaputt. Schade. Sehr gut. Ah, kaputt. Schade. 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 Okay. Pff. Schade. Okay. Ach. Schade. Alter. Werden die jetzt gerade... Gehen die alle wirklich kaputt? Oder habe ich da jetzt gerade Glück? Kaputt. Kaputt. Ah. Oh, oh, oh. Ja, 100%. Alter. Ah, ich glaube, der Motor ist kaputt. Egal, 100%. Na, ah, was mache ich? So. Okay. So, Inventory. Oh Gott. Uh. Bis 80? Mache ich das jetzt mal wirklich knallhart? Ich habe mich mal getraut. Vielleicht war es keine gute Idee, aber... Obwohl. Okay, wir bauen hier erstmal ein Team hier weiter. Igen. Hm. Ich weiß nicht, wie wir schon mal getraut sind. Okay. Okay. So. Okay. 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 Nebelbühne, Querlängel. Ach komm, ich bin immer 100. Ja. Hä? Ich glaub das ging immer mit Enter noch. So. Jetzt kommt die etwas schlechtere Seite, sag ich mal. Nee. War vielleicht keine gute Idee, dass ich das alles verkauft habe, aber... Naja. Okay. Okay. Achso, Quatsch, da muss ich ja... Ich möchte, dass er wieder auf Reifen steht. Oh, haben wir echt komplett heil und bekommt das geil. Oh verdammt, die ganzen Felgen und so sind weg. Ah ne, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ah, jetzt. Oh, auch nicht. Radlager 2, Bremsbelege 2, Hitze, Schutzblech, Vierloch, Trommel, verdammt, ich weiß nicht. Achsschenkelhaar Typ B. Das war vor. Ich wollte grad sagen, das sieht ja komisch aus und ich hab leider trotzdem Dreck gekauft. Egal. Ja, jetzt hab ich zwei, ist egal. So. Okay, bräuchte ich die Steckachse. Bremstrommel hab ich doch eigentlich. Steckachse. Achso. Okay. Ah, geil, Reifen kann dann schon ran. Also keine Federn und so. Cool. Ah, hier fehlt bestimmt was. Dreh, 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 Dreh. So, mit Enter war das. So. Radnabe. Na, brauche ich hier noch Federn oder so? Ja, ich brauch noch auf jeden Fall irgendwas. Okay. Gott sei Dank. Ich hab glaub ich so krass noch nie auf die Musik geachtet, aber... Grad, ja. Gefällt mir. Oh. Gummilagerbuchse. Kaufe ich. Und... Stabilisator. V-A-Typ. Bertha. Ja. Ah. War mir klar. Hätte ich doch zwei Folgen draus machen können sollen. Egal. Toll. Ah. So. So. Tablet. Lenkgetriebe Oh, 800 Koppelstange zweimal VA-Typ B Alter, die hier die Stab... Oh, hier die Stängchen hier auch Stab die Spurstange Oh, verflucht, das mache ich mir gerade wirklich Gedanken wieder Musik Sagt mir gerade nämlich nichts Ich hoffe, das klappt alles Spurstange Ah, geil Gut Das, 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 das Ähm Hä? Oh, ja, natürlich Da sind die Basic Abziehen Die Basic Bekomme ich auch auf 80% bekomme Also Wenigstens 80% So, die Basic Oh, die ist kaputt Die ist hinüber auch Ich glaube, die können wir... Ups, können wir auch nicht mal reparieren So Die machen wir später Genau Ah, nee Nee, können wir gar keine reparieren Okay, schade Sehr schade Aber okay Felge Basic Oh Gott Achso, ich brauche die Zoll und sowas Äh So 15 Zoll Et0 Okay Okay Jetzt machen wir noch die Reifen Classic Top Speed 205 75 80% So Und 15% Oh, ich will kurz sagen Was ist das denn? Oh Ich habe mich gerade Bisschen erschrocken Ja Die Felge Die Echt Hammer aus Irgendwie Weiß nicht Die gefällt mir richtig dolle Die wir hier gewonnen hatten Mal Ey, was heißt gewonnen halt Die hier Gezogen Weiß nicht Gefällt mir richtig dolle Ach Gott sei Dank Jetzt habe ich gerade Angst Dass ich doch nicht Dass ich da irgendwas falsch gemacht habe Oh Okay Was tut das so lange dauert Irgendwie sehen die Falsch aus Also die Basic Egal Hä Das war falsch Ah Der speichert das Was zuletzt Dran Okay Es war zwar gerade nicht dran Aber was halt da zuletzt War So Kommt auch erst mal ins Park raus Äh Ja Gut Das kommt in der nächsten Folge Weil ich glaube Die ging jetzt schon ein bisschen länger Als ich wollte Und dann erstmal Vielen Dank fürs Zuschauen Abonniert mich Gib doch noch um Und schreibt in den Kommentar Wenn euch das Video gefallen hat Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss